Ja, ich habe eine Woche probiert, auf Süßigkeiten zu verzichten. Manche Leute müssen das halt ihr Leben lang machen. Wenn man Zeit richtig drauf hat, dann braucht man das nicht. Dann reichen da sieben Tage. Ich habe nichts davon gemerkt. Bin genauso entspannt, wie ich das immer bin. Morgen hat so eine Rentnerin komisch geguckt. Habe ich die angegriffen? Passiert halt. In der Großstadt, wenn man hier so wohnt, dann ist das halt so. Man denkt ja immer, dass es wirklich durchaus entspannt ist, hier in einem Tätischstudio zu arbeiten. Ich muss wirklich sagen, das ist hier ein absoluter Knochenjob. Hier geht aber alles Hand in Hand sonst normalerweise. Warte, nächste Szene, wo ich das einfach esse. Viele Leute sind abhängig und müssen ihr Leben lang auf Zucker verzichten. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich kann damit aufhören, wenn man nicht will. Ich bin über Süßigkeiten auch hinweg. Aber mir macht das gar nichts. Sieben Tage ohne Zucker, gar kein Problem. Und wir cornersch mit dem Guatemalan. Wir lassen uns abeau.